Hello from the other side What have called a thousand times? What more? Was ist das denn hier? Muss ich denn überhaupt für Weltquesten machen? Schließt vier Weltquest in Suramar ab, ok Was rauch ich denn? Ich rauch auf jeden Fall Ordensressourcen Die beiden muss ich machen, was ist das? Klienz, oh das ist ein Petding, kann ich auf jeden Fall muss ich das machen Hallo Viel Glück Ok In Hawaii geboren Lalalalalalalala Willkommen in Suramar Lalalalalalalalalalalala Ganz schön anstrengend hier die ganze Zeit zu fliegen Mh 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 Ich muss da hoch, irgendwie hier hoch Ich würde so gerne da hoch 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 Oh yes Irgendwas zum abbauen Hau es ab Hau raus Hau raus Sternenlichtrose Versucht Sternenlichtrosen zu ernten Das ist doch ein super Quest Was hast du für Berufe Was hast du für Berufe? Alchemie und Verzauberung Äh Quatsch Kräuter 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 und Verzauberung Alchemie ist ja was ganz anders Ich hab auch mit VZ und mit Ding angefangen Schneiderai 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 Kann man ja runter Die Legion ist direkt vor unserer Haustür gelandet Nehmen wir dann greift die Teufelsbastion an Ok Widerlich Greift die Teufelsbastion an Zeig der Legion, dass wir uns nicht alle so leicht brechen lassen Ok Kann ich die auch besetzen hier? Och Ich muss jetzt mal Waffen Ich muss näher ran Das ist zu weit entfernt Ich habe kein Ziel Ich habe ganz lebt Ich habe ganz Leid Ich habe eine Leid Ich kann ganz leid Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. Vandom Schlachtfeld dauert auch nur ungefähr eine Stunde, dem Level anzumelden. Ja, das geht ja noch. Geht ja noch, ja. Geht ja noch. Dachte ich könnte die da weg machen, der mit denen ist. Unterbrochen. Wer are the enemies? Oh, was ist das denn? Oh, fuck. Ich dachte, der hilft mir, aber macht der gar nicht. Cool. Jetzt können wir hier mit so einem 15 Millionen HP fliehen. Gucken wir mal, ob sich das lohnt. Gucken wir mal, ob sich das lohnt. Das macht auf jeden Fall sehr wenig Schaden. Aber es dauert so ewig. Die Fortschritte waren das jetzt 15 Prozent. Na. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Cool. Was? Wieso? Wieso? Oh. Oh, ich dachte, der ist tot. Ich dachte, der ist tot. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was? Oh, im Konnen. mhm mhm hm himm denn Hexenmeister ist schon scheiße unmobil, ne? Ist das so? Ja irgendwie hab ich noch gar keinen irgendwie Bewegungsspell. Nur Laufen. Laufen? Ja immerhin? Ja schon ne Am Anfang dachte ich halt, geil, der kann laufen und dann dachte ich, kommt aber nichts dazu, oh je du. Jeeeey. Och ne, lass mich doch nicht. Das ist zu weit entfernt. Kann ich bei irgendeinem Angriff wirken? Danke. Danke. Ich kann dieses Ziel nicht anziehen. Danke. 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 Oh mein Gott. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh. 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 Schlag die Nachtgeborenen zurück, um der Flüchtlinge willen. Oh. 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 reichweite ich muss näher heran er zittert vor unserer stärke das ist zu weit entfernt ich muss näher heran dafür dass sie eine zuflucht suchen wo ist denn der dunkelmond jahrmarkt überhaupt verdammt weiten tauchen grünen wiesen im lecker schmecker gras nom 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 nao 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schönen guten Tag! Untertitelung des ZDF, 2020 Schönen guten Tag! Hinfort, hinfort! Schönen guten Tag! Grüße! Grüße! Schönen guten Tag! Schönen guten Tag! Ja, was wollt ihr? Bleibt sauber! was sie sei es vorsichtig wie geht's denn so mögen die geister was habt ihr in kopf haltet euch vom wudu fern was ist das hoch seid ihr aber 4 3 2 1 5 we hopped 8 7 8 8 8 9 10 9 10 10 10 11 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 pause Vielen Dank. 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 Vielen Dank.